Und damit Hallöchen und ja, ist ja gut, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins, wo sind wir jetzt hier, verdammt, wieso ist der markiert? Wieso sind die Jungs hier markiert? So, was machen wir denn heute? Ähm, stimmt, wir wollten ja hier hin. Tja, dann gehen wir auch mal da rüber. So schaut's aus. Gucken wir uns das hier heute mal an. Hi, das ist ein Gere. So, kleine Bilderstelle da oben. Hui. So, wo geht's hier hin? Wo geht's hier lang? So, was ist das hier? Beziehungsweise, was war es hier? Ich gehe jetzt mal hier nach oben. Ähm, ja, hier oben könnte was sein. Hier auf dem Sockel ist erstmal nix, deswegen springen wir mal gepflegt hier rüber. Und ich gehe davon aus, dass wir hier was finden, oder? Okay, wir finden nix, nur... Ja, wir finden hier rein gar nix. So, gut, dann hätten wir das auch. Dann machen wir doch gleich das nächste Frage zeigen. Dass er hier gleich da drüben ist. Okay. Ähm... So, wir können hier ohne Probleme runterlaufen, alles klar. So, wir laufen aber mal hier der ortsansässigen Straße entlang. Siedlung am Kap Kersonesos. Eine Siedlung. Ach, Siedlung am Meer. Es ist doch schön, Freunde. Obwohl ich eher so ein... Hallöchen! Obwohl ich ja eher so... ...der Bergtyp bin. Wie er flirtet, der Kribbel. Ah, guck mal her, da tanzen sie. Ach, schön, da möchte ich natürlich nicht stören. Ach, kleine Siedlung. Ach, ist das schön, so mit den Kerzen. Ach, ich mag sowas, ja. Ich bin ja voll der Kerzen... ... äh, Kerzenromantiker, kann man sagen. Ey, ihr Chappelaka-lackers. Alle im Maul. So, euch markiere ich mal am besten alle. Vier Mann seid ihr? Okay. Dann... ...klauze. Dann gucken wir uns trotzdem aber erst nochmal hier um. Ah, Fischhandel hier wieder. Wird groß geschrieben. Luden, 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 luden. Wieso gibt's hier nichts? Selbe Idioten. Halt dein Maul. Dieser Ort wird schwer bewacht. Genau hier wird nämlich zuerst geschossen. Genau hier wird nämlich zuerst geschossen. Ein Träumler. Nochmal ein Kopfschuss. Das ist doch wunderbar. Das ist doch alles herrlich hier. Sehr schön. Das haben wir doch gerade gut geschafft. Das nehmen wir auch noch mit. Kriegen wir bestimmt noch 300 oder so. Oder 600. 450. Ah, nicht schlecht. Schön, freue ich mich. So, dann gehen wir nochmal hier unten. Ja, die Frauen machen den Schiff. Äh, die Fische. Keine Ahnung, räuchern. Ne, räuchern tut das nicht. Die hängen das halt so drungen auf. Schön aber hier, ne? Ach, Freunde. Du stehst abends. Hockst dich da hin mit einem Seidel auf den Felsen. Und schaust dir mehr. Und schaust aufs Meer, meine ich. Das ist jetzt schon wieder zum Reden. Aber sehr schön hier. Freut mich. So, wir haben hier aber noch, natürlich noch nicht alles. Uns angeschaut. Hier ist ein Löwe. Was ist der eigentlich für eine Quest markiert gerade? Welcher? Wer ich? Halt! Bleib stehen! Was denn? Ich schau mal, ob nur hier was drauf ist auf dem Boden. Ne, ist nix. Dann können wir das erst einmal als erledigt betrachten. So, Siedlung. Ach, es ist eine schöne Siedlung. Ach, die ist doch hellig. Hier haben sie ihre Stände. Ach, das ist doch schön, Freunde. Die stellen hier Tische her, ne? Schau mal her mit diesen... Ach, guck mal einen an. Schön. Gefällt mir. Guck mal her, wie cool die Stühle hier sind, ne? Ja, das waren doch die besten Handwerker, ey. Ohne Witz. Oh, vergesst mich noch. Nun ist fertig. Oder hier auf dem Bänkler hocken, verstehst du, dann schaust du da rüber, ey. Schön. Freue ich mich sehr. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, als nächstes machen wir folgendes. Wir können hier nach oben. Wir können hier rüber. Ach, wir haben hier eine Quest. Was ist das für eine Quest? Sein Geheimdienst. Ah, genau das war ja die Quest, wo es gestern nicht angezeigt hat. Ja, leck mich doch fett. Ja, das ist ja schön. Ja, dann gehen wir doch mal gleich da rüber. Beziehungsweise wir folgen jetzt mal hier diesen Weg. Und gehen hier nach oben. Was ist das? Waren wir hier schon? Ja, wenn ich wüsste, ob wir jetzt hier schon gewesen wären, ne? Wenn ich wüsste, ob wir hier jetzt schon gewesen wären, ob wir hier schon gewesen sind. So, jetzt muss ich erst mal meinen Gaul rufen, sonst wird das nichts. So, dann machen wir jetzt folgendes. Wir klappen jetzt mal hier wirklich das ab. Ah, schönes Pferdchen. Hat zwar Gicht oder irgendwas, ich weiß es nicht mal genau, was es hat. Oder nee, was hat es, was hat das Pferd? Nee, hier waren wir noch nicht. Was hatte das Pferd? Nicht Prellungen, wie heißt es? Krämpfe? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe gesagt, was es hatte. Nee, hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Das heißt ja, äh. So, dann gucken wir uns hier das halt nochmal an. Hier waren wir, wie es ausschaut, wirklich noch nicht. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Hier wird es vermutlich auch nichts geben. Boah, aber schön, ne? So, ja, ja, irgendwas ist immer. Ah, hier machen die wieder Sonneblumenöl. Sonneblumenöl, Olivenöl, Entschuldigung. Ach, jetzt ist... So, ich mag diesen Toskana-Stil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ihn einfach sehr. So, apropos sehr mögen. Nein, hier gehen wir hin. Oh. Dann reisen wir jetzt mal hier wirklich weiter. Jetzt sind wir ja da auch gleich. So, dann reiten wir hier. Oh, was machen die hier? Oh, ich baue die hier. Ich wüsste, was sie hier bauten, wenn... Wo geht es jetzt hier eigentlich rauf? Tatsächlich geht es dann hier rauf, okay. Dann, ja, reinen wir erst mal da rüber. Einfach jetzt mal wirklich... ...stupide der Hauptstraße entlang. So, hier geht nämlich jetzt eine Abzweichung auf. Ach, herrlich. Oh. Was war denn das? Indianer, oder? Ja, das glaube ich jetzt nicht... Ah, gerade das Beste für die Gelenke. Hey, was? Oh. Du kannst nicht fliehen. Nett, dann komm mal her. Was? Ja. So, Mahlzeit, Männer. Na, 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 Freunde. Ich reiß dir die Eingeweide raus, mein Freund. So, noch Fragen, Leute. Ah, hier können wir was lesen. So, hier können wir noch looten. Ah, hier können wir noch was mitnehmen. Sehr schön. Es war jetzt nichts, was uns übermäßigen, hohen Reichtum... Wo ist das Pferdchen? Da ist das Pferdchen. So, gehen wir hier entlang. Ich bin gespannt, wo uns der jetzt hinführt. Ah, wieder zu nehmen. So, was haben wir denn hier Feines? Römischer Zumm in Bemullos. Sehr schön. Es tut mir leid, aber... Du warst halt jetzt in die Eingeweide. Schnauze. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Ja. Warte mal, die möchte ich doch noch mal mit aufnehmen. Ja, da guckst du, ne? Was? Ach, komm, weißt du was. So, mein Freund. So, Hilfsleistungsangriff, wo ist hier der Kabo? Was verrückt, der Zivi? Wer hat hier das Leuchtfeuer jetzt angemacht, ey? Ich werde verrückt. Dieser Arsch. So, mein Freund. Boing. So, jetzt wats, 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 wats. So, bis die jetzt kommen. Können wir hier, denke ich, noch mal looten. So, haben wir hier noch was zum looten? Wieso haben wir hier nichts zu looten? Hier haben wir was, oder? Jawohl. Jetzt kommen wir jetzt die drei von der Tankstelle. Können wir das nicht ausmachen? Nee, ne? Nein, das ist nicht zu. Komm, wir haben ja nur drei von euch, Wichtel, da. Oder doch vier. So, dann geben wir hier mal von der... Das räumle. Ah, Träumle, hier gibt es nichts zu tun. Aber wir können hier entlang, wieso können wir hier entlang? Also. Ja, so kann man es auch machen. Ich nutze sowas immer viel zu selten. Gerade wollte ich mein Maul zumachen, ich hoffe, ich verbiere es hier nichts. So, wo ist es jetzt? So, ich hoffe, das war jetzt der letzte hier. Sehr schön, ich bin... Sehr schön, wollte ich sagen, ich bin mehr als begeistert. Dann haben wir hier noch was, sehr schön. Ja, komm, dann machen wir hier gleich das nächste Fragezeichen. Das läuft ja heute wieder hervorragend. Das ist der falsche Gaul. Das ist immer noch der falsche Gaul. Den will ich. Das ist der richtige Gaul. Boah, der hat breites Gesicht. So, was macht das Pferd hier? Man weiß es nicht. So. Was macht das Pferd hier? Hm, was machen wir denn? Ne, passt eigentlich so. Ne, machen wir schnell ein Foto. Für die eine Galerie oder vielleicht doch nochmal. Ja, ich glaube, das war nicht zu gut jetzt. Ja, das ist doch schon epischer, Freunde. So, ich habe hier mein Ding. Ich muss jetzt einmal mein Ärmel ein wenig weiter nach oben tun. So, dann trinke ich noch ein Schlück, da. Hm, so coccino, Freunde. Länger. So. Ähm, ja. So, wir gehen hier mal wirklich den Weg hier entlang. Sehr schön. Was ist denn hier schon wieder los? Stärkore Sanko! Kampará! Dich, oles! Ah! 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 Baby Oh boing Oh 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 Ist über euch kaputt Jetzt ist Schluhe Nein Schwarz ist jetzt ey Hätt mich da nicht einmischen sollen Oh man Oh man Meine Güte So Das gibt's doch nicht Die schauen hier mal einfach zu Die schauen hier mal einfach zu Oh 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 Du weißt aber haben wir so umzugehen Junge, Junge, Junge So Haben wir jetzt alle beruhigt hier So So Ich glaube wir haben hier tatsächlich jetzt alle getötet Okay Dann Dann Willst du was sagen, Bayek Von Siva So So Erstmal Luden, 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 Luden Ah, hier haben wir noch einen, okay Sehr schön Schatz geplündert In diesem Sinne, liebe Freunde Euch einen schönen Tag Weglager haben wir geschafft Morgen geht's dann weiter Boah Hier gibt's noch einige Fragezeichen, ne? Ja Morgen geht's dann hier rüber In diesem Sinne Liebe Freunde Euch einen schönen Tag Und Wir sehen uns wieder das nächste Mal Beziehungsweise morgen schon wieder 15 Uhr auf meinem Kanal Assassin's Creed Origins In diesem Sinne Nein, wir Wir reiten uns noch den Gipfel hoch Jetzt pass auf Woah Haia Und dann sage ich Bye Bye Und tschau Bis zum nächsten Mal Euer Franconia Servus Ach Jetzt sind wir hier vorbeigritten Ich Idiot Gut Dann drehen wir morgen hier wieder um Und gehen dann hier rüber In diesem Sinne Macht's gut Und Bye Bye Tschau Fårig Ah Und Jn